Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal PokéSynik. Mein Name ist Jarek und heute gibt es die krassesten News, die es jemals auf meinem Kanal gegeben hat. Und zwar werden wir ein Boxbreak machen mit diesem Schätzchen hier und wir werden noch ein paar Booster dazu nehmen aus einem ganz normalen Display. Hier sind ja zwei Displays drin und davon habe ich drei. So, wichtigste Info, es wird ein Boxbreak geben und es ist ein Boxbreak, den es so noch nicht gab, denn ein Booster kostet einen halben Cent. Genau, ihr habt richtig gehört. Ihr könnt auf unserer internen Shopseite www.pokesynik.de im Memberbereich, das heißt Voraussetzung für diesen Break ist, dass ihr YouTube-Member meines Kanals seien, mindestens der Stufe Oberstynik, denn einmal im Monat mache ich für alle meine Oberstyniks und Ehrensyniks einen exklusiven Boxbreak. Der ist immer wieder mal anders und diesen Monat ist es halt dieses Set und zwei Booster bekommt jeder und der kostet einen Cent. Plus Versandkosten. Und das Ganze ist nur möglich, weil ich dieses ganze wunderbare Schätzchen als Fanpost bekommen habe. Von dem wunderbaren Steve bzw. Zagdus. Sein Instagram-Account habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sehr, 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 sehr großzügig. Mega, 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 mega Freude hat er mir damit gemacht. Und da ich weiß, dass dieses Set aktuell heiß begehrt ist und alle dieses Set aufmachen wollen, aber niemand an dieses Set rankommt, weil es extrem überteuert ist, habe ich gedacht, okay, ich kriege so eine riesengroße Freude von Zagdus als Fanpost. Und ja, dann gebe ich das sozusagen an meine Community oder an unsere Community weiter. Das heißt sozusagen, das, was Steve mir mehr oder weniger, nein doch nicht mehr oder weniger, sondern die Fanpost, die er mir geschickt hat, gebe ich nach Rücksprache von ihm an euch weiter. Und das machen wir mit einem Boxbreak. Und es ist limitiert. Ihr könnt jetzt also nicht unendlich viele Booster kaufen, sondern jeder kriegt zwei Booster, aber nur, solange der Vorreicht reicht. Wie gesagt, zwei Booster, einen Cent. Und das Ganze, wie gesagt, funktioniert nur, weil ich das vom lieben Zagdus als Fanpost bekommen habe und das gerne an euch weitergeben will. Denn ich denke mal, entweder ich werde glücklich, indem ich mega viele coole Packs öffne oder ich mache 30, 40, 50, 60, 70, 80 Leute noch mehr glücklich mit diesem riesengroßen Geschenk, was ich bekommen habe. Und ich habe mich entschieden, das nicht selbst zu behalten, sondern an euch weiterzugeben. Und ja, was müsst ihr machen, um dabei zu sein? Ihr müsst eigentlich Oberst Cynic sein oder Ehrencynic, je nachdem. Vielleicht wollt ihr mich ja unterstützen, mich, mein Projekt und meinen Kanal. Wie ihr Mitglied werdet, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da gibt es einen Button, da gibt es auch ein Infovideo zu. Und ja, ansonsten war es das. Wenn ihr Bock habt, macht mit. Aber wie gesagt, nur solange der Vorrat reicht. Wir haben halt ein paar Displays, aber es ist nicht unendlich viel da. Und daher müsst ihr schnell sein. Die ersten, glaube ich, 30 oder 60 Packs sind schon weg. Und im Laufe der nächsten Tage werden noch weitere Packs folgen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Gerne den Kanal abonnieren. Wenn ihr die Aktion feiert, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und vergesst nicht, dass das Wichtigste an so einem Kanal und an so einer ganzen Pokémon Community die Menschen sind. Und das sind halt, das seid halt ihr. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns spätestens beim Break. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.